Hallo zusammen, ich hoffe, mich können alle hören. Ich habe gerade schon zwei Nachrichten in den Chat gepostet, also für Fragen würde ich mich freuen, wenn die nachträglich gesendet werden oder auch im Chat, weil ich möchte sie halt gegen Ende der Präsentation erst erlauben und besprechen und zusätzlich möchte ich darum beten, dass Registrierungen bitte immer dann sauber sind, wenn zumindest der Name oder die Einwallnummer bekannt ist, damit ich auch sehen kann, dass registrierte Benutzer Zugriff haben. Ja, dann herzlichen Willkommen heute Nachmittag zu unserem ersten Step Azure Stack Webinar. Vielleicht zu mir, die mich nicht kennen, Markus Klein. Ich bin MVP Cloud and Data Center Management. Mittlerweile im vierten Jahr als Senior Architekt und Hybrid Cloud Lead beschäftigt. Habe in der Vergangenheit sehr, sehr viel System Center gemacht, fast über 15 Jahre. Angefangen mit Service Manager Orchestrators com und später dann in die Cloud Themen abgedriftet. Heißt, ich bin also über das Azure Pack dann hinterher zum Azure Stack gekommen. Und das ist ja unser passendes Thema heute, Azure Stack. Wie schon angekündigt, werden wir ja mehrere Slots haben. Angefangen von heute mit dem Design und der Planung, über Installation, über das Einbinden in bestehende Umgebung, Administration, dann die darf in die Komponenten, dann schauen wir uns die einzelnen richtigen Storage Provider an, schauen uns an, wie ich Erweiterung einspielen kann, wie ich denn ein Request Management mittels einer Fall-Party-Lösung umsetzen kann und wie ich dann auch das Ganze überwachen kann. Überwachen ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn ich mich zentral für mein Azure Stack entscheide, dann macht es ja tatsächlich auch Sinn, sich Gedanken zu machen, dass meine Umgebung dann sauber läuft, dass ich das auch entsprechend dokumentieren möchte und aus dem Grunde macht es ja auch Sinn, dann hier eine Überwachung zu aktivieren. Ja, was machen wir heute? Heute starten wir mit dem Punkt, was ist eigentlich Azure Stack soweit und was muss ich berücksichtigen, wenn ich mit Azure Stack starten möchte? Was brauche ich alles an Prerequisites etc.? All das ist heute das Thema in den nächsten 45, 50 Minuten. Jetzt wundern sich vielleicht einige, 60 Minuten habe ich angesetzt. Die letzten Minuten sind für Fragen und Antworten. Okay, dann also zur heutigen Agenda. Die Punkte, die wir heute hier besprechen möchten, die ich darstellen möchte, sind einmal Architektur und Design. Integrated System. Vielleicht hat ja jemand schon mitbekommen, dass Microsoft die Wahl des Deployments oder der Verfügungstellung von Azure Stack ein wenig anders als bekannt platziert hat, nämlich in Kombination mit Hardware. Dann schauen wir uns an das Thema POC Version. Was ist eigentlich dieses POC, was ich ja momentan auch tatsächlich nutzen kann, was ich zurzeit auch runterladen kann aus der Microsoft Seite oder von der Microsoft Seite. Dann schauen wir uns das Tool natürlich ein bisschen näher an und dann kommen wir auf das Thema Q&A. Also Fragen und Antworten. Ja, wie schon gerade vorhin mal erwähnt, Microsoft hat eine kleine Cloud Story in der Vergangenheit. Wenn man sich das so anschaut, wir haben heute genau genommen seit 2008 mittlerweile das Azure in diversen Ausbaustufen. Einmal Azure Worldwide mit den Rechenzentren weltweit verteilt mit mittlerweile fast 30 Stück. Dann haben wir noch die dedizierten Azure Infrastrukturen, wie zum Beispiel wir es in Deutschland haben mit der vor kurzem gelaunchten deutschen Cloud. Wir haben es auch mit der chinesischen oder kanadischen Variante und es gibt auch zum Beispiel noch eine Governance Cloud in den USA. Also wir haben diverse Rechenzentren, die Public sind, die Public Azure sind, wo Microsoft auch diverse Zertifizierungen tagtäglich auf den Markt bringt und ja mehr oder weniger das Rechenzentrum schon für vieles lizenziert ist. Nichtsdestotrotz, gerade in europäischen Ländern stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Kunden spreche, Cloud ist da immer so eine kleine Herausforderung. Deswegen hat Microsoft in der Vergangenheit ja auch System Center als Produkt sehr, sehr stark gelauncht und gepusht, nämlich den 2012 R2, den ja viele bestimmt kennen oder sogar im Einsatz haben. Jetzt gerade auf der Ignite vor zwei Wochen der Launch für System Center 2016. Seit gestern sind die Bits verfügbar, können entsprechend geladen werden. Und ja, seit mittlerweile drei, vier Jahren haben wir noch so ein Tool Azure Pack, Windows Azure Pack genau genommen, was man ursprünglich einen Codename Katal hatte und was dann in der ersten Version auf den Markt kam, als Windows Azure Pack für Windows Server. Also eigentlich ein relativ langer Produktname. Ja, Azure Pack ist mittlerweile im Update Rollup 11 relativ stabil, basiert auf System Center und hat halt die Oberflächen des alten Azure Portals, nämlich das Azure Stack Portal, äh das Azure Red Dog Frontend Portal, das alte blau-weiße in der Darstellung. Last but not least, seit mittlerweile ja fast anderthalb Jahren angekündigt, Azure Stack, woran Sie heute mit beschäftigen werden. Azure Stack als Azure in your Data Center angekündigt, also identische Technologie auf einem nahezu identischen Storage Layer. Ähm, geplant das Ganze als Launch für Juni 2017. Mittlerweile spricht man oft von Mitte 2017, ähm, und, ähm, auf der Ignite letztes, äh, letzten Monat, letzte Woche im letzten Monat, äh, ist halt die TP2 Variante gelauncht worden, ähm, die ich auch später zeigen werde. Ja, wo kommt die Idee, dass die Architektur von, äh, äh, Azure Stack eigentlich her? Genau genommen haben wir auf der rechten Seite hier im Zugriff oder dargestellt, äh, ein kurzes, äh, High-Level Design von Azure, nämlich ich habe meine Cloud Infrastruktur, ich habe ein Portal, das schöne Ibiza Portal, ähm, mit dem ich mittlerweile meine IaaS und PaaS Services abbilden kann. Ich habe als Operating System, als Betriebssystem Windows Server und Linux Unterstützung. Microsoft hat hier da in Azure einen sehr, sehr starken Anteil an Linux Maschinen, die dort auch laufen. Wenn wir uns jetzt das Ganze mal in Azure Stack anschauen, dann haben wir eine Cloud Inspired Infrastructure. Jetzt fragt sich vielleicht jeder, warum Cloud Inspired und was ist da eigentlich mit gemeint? Na, wir haben Windows Server 2016 Technologie, wir haben dann Hyper-V Server 2016, wir haben Azure Technologie im Einsatz. Wir brauchen für die reine Funktion kein Azure, ähm, äh, kein System Center. Wir können System Center nutzen, wenn wir zum Beispiel Maschineninfrastrukturen, die drauf im Bereich, äh, in Dienst sind oder die drauf laufen, wenn wir die, äh, überwachen wollen, dann macht es vielleicht Sinn auch mal direkt auf, ähm, auf Azure Stack zu gehen, ähm, beziehungsweise auf System Center zu gehen, sorry, und dort mit System Centern Überwachung zu fahren oder was auch immer, aber für Azure Stack brauche ich kein, ähm, System Center. Dann haben wir das identische Portal, also auch unser Ibiza Portal. Eigentlich unterscheidet sich, werden wir auch gleich sehen, nur mit einem Begriff, nämlich nicht Microsoft Azure oben links, sondern Microsoft Azure Stack. Des Weiteren haben wir dann wiederum Windows Server Workloads und, äh, Linux Server Workloads. Ähm, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Warum hat Microsoft diesen Ansatz gewählt? Ähm, nun soll halt agil, relativ dynamisch, äh, Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, ähm, stark vereinfacht, äh, mit dem Ansatz Write once, deploy anywhere, heißt das, was ich, ähm, ähm, mir für mein, ähm, ja, Hybrid Data Center auf Beispiel von Azure Stack konfiguriere, kann ich eins zu eins so auch auf, äh, Azure deployen und andersherum, äh, da kommt der Azure Resource Manager ins Spiel, den wir gleich noch ein bisschen näher uns betrachten werden. Ähm, dann sollen traditionelle Anwendungen, aber natürlich auch Cloud Apps Supported werden. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ist ja heute immer noch so, dass Unternehmen halt doch tatsächlich auch auf Anwendungen angewiesen sind, die nicht moderne Cloud Apps sind und die sollen natürlich weiterhin unterstützt werden können. Ähm, und ich soll halt einfach IT-Ressourcen zur Verfügung stellen, also vollständig automatisiert das Ganze entsprechend anwenden. Dann haben wir den Punkt der Kontrolle, nämlich eine vereinfachte Konfiguration, Provisionierung und Updates, also im Prinzip der Ansatz, dass ich, ähm, mit meinem, ähm, System, mit meiner, ähm, Infrastruktur, ähm, mir keine großen Gedanken machen muss, wie ich Updates nutze, weil, ähm, auf Azure, ähm, werden sie automatisch eingespielt, auf Azure Stack Stack demnächst auch. Das heißt, wir, wir patchen nicht, sondern eigentlich indirekt patch Microsoft. Nämlich ich bekomme die Informationen, jetzt sind Updates da, bitte installieren. Mache ich das nicht, gibt's irgendwann, ähm, ähm, die Information, hey, wenn es jetzt langsam nicht mehr macht, dann haben wir ein Problem mit dem, ähm, ähm, ja, mit dem, ähm, mit dem, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen, dann haben wir ein Problem mit dem Support der ganzen Geschichte und, äh, von daher, ähm, ähm, ja, ist es dann sinnvoll, das Update zu fahren. Wir haben ein verringertes Entwicklungschaos durch ein einfaches Service-Modell und Integration von IT und Geschäftsprozessen ins ganze System, also moderne Services abbilden können. Flexibilität ist ein weiterer Ansatz, ähm, und zwar Azure-konsistente APIs und Dienste. Das, was in Azure als API läuft, ist identisch verfügbar auch in, ähm, ähm, in, äh, Azure Stack. Dann haben wir den Punkt der Konsistenz, ähm, Ressourcen aus Azure können in Azure Stack ebenso genutzt werden, sind identisch, ähm, und auch, ähm, ähm, vice versa. Es gibt ein erweitertes Framework für Ressourcen und Dienste. Also im Prinzip all das, was man so aus den Azure Services in Summe kennt, ähm, wenn man sich die mal anschaut, da werden die Rosinen im ersten Schritt rausgepickt und, äh, die werden von Microsoft auf, ähm, Azure Stack Deployed zur Verfügung gestellt und dann gibt's halt regelmäßig Updates und mit diesen Updates kommen weitere Services ins Spiel. Die Priorisierung der ganzen Services läuft primär über die Microsoft, aber gesteuert eigentlich durch User Voice, äh, sodass also jeder tatsächlich sich auch daran, ähm, ähm, beteiligen kann und sich Gedanken machen kann, wie ich denn, ähm, ähm, welche Services denn nach Azure Stack primär oder schneller, ähm, gelaufen werden, nämlich aufgrund dessen, dass im User Voice entsprechend darauf hingewiesen wird. Ja, Flexibilität ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Azure Stack im Einsatz habe, soll ich halt, ähm, relativ einfach meine Services nach Azure verschieben und wieder aus Azure auch, äh, in Azure Stack transportieren kann. Das ist eigentlich der ganz klare Ansatz, den man hier sehen muss. So, zum Design, wie sieht das Ganze aus? Ich habe einmal meine sogenannte Cloud-inspired Infrastructure, wie gerade erwähnt, Storage, Networking, Compute, Management und Security. Oben aufgesetzt IaaS Services, äh, und entsprechende Path Services. Dann kommt der Layer des Azure Resource Managers, äh, der einmal Subscription steuert, ähm, wir haben hier eine RBAC Funktion, äh, also eine Roll-Based Access. Wir haben Galleries, Metrics und eine Usage Funktion und mit dem Azure Resource Manager kann ich das Ganze entsprechend abstrahieren und steuern. Ähm, wir haben das Portal, wir haben aber auch die APIs mit entsprechenden DevOps Tools. Heißt, ich habe im Prinzip den Vorteil, dass ich, ähm, hier, ähm, auch mit, ähm, Tools, die aus Azure vielleicht bekannt sind, diese entsprechend, äh, dann, ähm, ähm, hier nutzen kann, gegen den Endpoint Azure Stack. Und oben aufgesetzt Windows-Server und Linux Support. Ja. Okay. Wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, haben wir also im Compute Resource Provider den Punkt, dass wir Hyper-V Hosts und Failover Cluster hier als Funktion haben, als Service haben. 2012, äh, Entschuldigung, 2016 Server. Ähm, im Storage Umfeld reden wir von, ähm, Storage Spaces Direct, also S2D, mit Scale-Load-Fileserver-Technologien und RFS. Und im Networking reden wir von, äh, Software-Load-Balancern, Converged-NICTS und von Technologie, ähm, des WXLANs, ähm, all diese drei Resource Provider bedienen sich dann entsprechend der Cloud-inspired Infrastructure oder bilden die entsprechend und, äh, stellen darüber, abstrahieren die Ressources an die, ähm, ja, an die Kunden der Infrastruktur. Der Azure Resource Manager Arm. Ich weiß nicht, wer den Arm aus den, ähm, ja, aus der Vergangenheit, aus Azure her kennt. Ähm, Arm ist ja eigentlich ein deklarativer Ansatz. Ich definiere mit meinem Arm-Template, welche Optionen, welche Parameter ein Azure, ähm, eine Azure-Resource denn entsprechend bekommen soll. Da wird im Prinzip ein JSON daraus generiert. Dieses JSON, äh, ist dann meine Basis, ähm, für das orchestrierte, äh, Deployment, ähm, der Ressourcen. Und, ähm, Arm ist halt eins zu eins ein, äh, Bit-Share, also ein Code-Share zwischen Azure und Azure Stack. Ähm, der, ähm, Produktmanager für Arm ist, äh, ja, der Microsoft, ähm, Mitarbeiter der, der Ryan Jones, ähm, den der ein oder andere bestimmt kennt. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich seine, äh, seine Vorträge mal anschauen, wenn er die Möglichkeit hat, entweder live oder über Channel 9. Ähm, ähm, dieser Azure Resource Manager ist halt der Dreh- und Angelpunkt. Und, ohne den Azure Resource Manager, äh, kann ich sauber eigentlich nicht mit Azure arbeiten. Bedeutet auch, dass ich in Azure, ähm, äh, dass ich im Azure Resource Manager, wenn ich ihn nutze, mein, äh, Tool zum Beispiel Visual Studio installieren muss. Jetzt ist die große Frage, diejenigen, die, äh, von uns, äh, vielleicht historisch gesehen eher so die Infrastrukturleute waren, erzähle ich mich auch zu, ähm, die hatte ich vor drei, vier Jahren, habe ich nie gedacht, dass ich mir mein Visual Studio installieren werde. Genau das muss ich jetzt, ähm, ähm, um darauf basierend dann entsprechend mit Templates meine, ähm, Azure Resource Manager Templates, meine ARM Templates zu definieren. Ähm, naja, man kann es auch anders machen. Ich kann es natürlich auch direkt hardcoden, indem ich es mit einem tollen, schönen Notepad mache, mit dem tollen Entwicklungstool, aber das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde es nicht tun, damit nehme ich die doch lieber im Visual Studio. Und nein, das muss ich nicht kaufen, äh, da funktioniert vollständig die Community Edition, die ich ja kostenfrei zur Verfügung habe. Ähm, ja, ARM ist wie gesagt der zentrale Punkt für meine Cloud-Resourcen. Ich kann hier festlegen, globale Eigenschaften, den Lebenszyklus meiner, äh, Cloud-Dienste und natürlich wie diese aufgebaut sind. Das definiere ich im Azure Resource Manager und deploy das dann entsprechend auf meine Infrastruktur. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer in Azure Stack hineinschauen, habe ich also meine Cloud-Infrastruktur, habe da drauf mein, äh, entsprechendes, äh, Framework, was erweiterbar ist. Meine Core Services, Additional Services, Additional Service fällt zum Beispiel auch hinein, äh, so Sachen wie Web-Apps, äh, so Sachen wie, äh, Third-Party-Add-Ons, et cetera, die ich jetzt hier entsprechend nutzen kann. Da gibt es eine API für, die entsprechend reglementiert, ähm, nutzbar ist und ich habe meine Foundations, Foundational Services. Dann gibt es die, ähm, das Unified Application Modell, mit dem ich dann entsprechend auf diese, äh, dieses Framework zugreifen kann, das nutzen kann, mit einer entsprechenden End-User Experience, das dann klassisch gesehen eher das Portal ist, ähm, und mit diesem Portal kann ich dann meine Cloud-Ressourcen, die Virtual Machines, ähm, mein Storage, meine Virtual Networks, meine Websites oder was auch immer entsprechend ordern. Die werden dann auf Azure Stack deployed und seitens Azure Stack dann entsprechend zur Verfügung gestellt. Also im Endeffekt genau das, was man aus Azure kennt. Ich definiere meine Ressourcen, sag irgendwann jetzt bitte und dann wird entsprechend, äh, werden entsprechend diese Ressourcen deployed. Jetzt sieht es ein bisschen komplexer aus, weil jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, wie so ein Aufbau in Azure Stack denn tatsächlich intern ist. Also den magischen Azure Resource Manager, da haben wir ja schon gerade von gehört, der hier in der Mitte zu sehen ist. Die Foundational Services haben entsprechende Teilkomponenten, Events, Gatheries, Metrics, entsprechende Admin und, äh, Tenant APIs, Usage, dafür, dass ich entsprechend auch mal irgendwann eine Rechnung schreiben kann. Ähm, dann habe ich noch das Thema, ähm, dass ich hier Quotas definieren kann, für meine entsprechenden Ressourcen, die ich hier zur Verfügung stellen kann, oder zur Verfügung gestellt werden, nämlich mein, ähm, mein Compute, Storage, Network und damit auch Plattform, die, ähm, Plattform und Infrastruktur. Ähm, Additional Services ähnlicher Ansatz, das heißt, hier muss entsprechend dafür gesorgt sein, dass die Infrastruktur dann auch passend ist. Ja, wie wird Azure Stack, ähm, zur Verfügung gestellt? Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben einmal den Punkt der Software, äh, das heißt, das sind ganz, ganz viele PowerShell Scripts eigentlich, äh, die alle signiert sind, aber in die ich auch ohne Probleme hineinschauen kann zurzeit. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben, weil über die Signatur wird die Microsoft hier ganz schnell, äh, herausfinden, wie denn hier, ob, ob denn hier andere Änderungen passiert sind. Äh, dann habe ich den Punkt der Hardware, also Microsoft liefert die Hardware mit. Das sind, äh, im Final Design, ähm, hat letztens der Vijay Tavari als, äh, einer der PMs in dem Umfeld auch kommuniziert, äh, vier Hosts. Der Support der Infrastruktur, das, äh, des Integrated Systems läuft über die Microsoft, das heißt, zentraler Dreh- und Angelpunkt aller Fälle, aller Servicefälle ist die Microsoft und, ähm, da werden dann entsprechend auch die Services zur Verfügung gestellt, abgedatet, etc. Das heißt, eigentlich habe ich einen verlängerten Arm Azure in meinem Rechenzentrum bei mir selbst oder bei meinem Provider und habe dann, ähm, die Möglichkeit, die Services-Updates, die Support-Funktionalitäten entsprechend darüber zu nutzen. Die Services, ähm, werden wie gesagt aktualisiert, sollten dann drei Updates notwendig werden, ähm, Azure Stack-Updates, Software-Updates, all das wird auf, ähm, mehr oder weniger VESUS-Funktionalität abgebildet, wird zur Verfügung gestellt und es wird im lebenden, am lebenden Objekt gepatcht. Das macht Microsoft relativ interessant, äh, indem nämlich einfach VHDs gebaut werden, äh, die VHDs, die existent sind, geklont werden, angepasst werden und dann switcht man die VHD, sodass im Endeffekt, ähm, ein reibungsloser Betrieb weiterhin möglich ist. Warum das Ganze? Na, optimierte Implementierungszeiten. Wenn man sich das anschaut, Azure Pack in der Vergangenheit, was war? Azure Pack-Projekte waren diejenigen, die von uns Consultants sind, können sich, äh, sich garantiert daran erinnern. Äh, das sind eigentlich monatslange Projekte. Die hat man nicht mal eben gemacht, das Azure Pack, sondern das hat man, äh, relativ komplex aufziehen müssen, damit es funktioniert hat. Das war ein komplexes System. Warum jetzt dieser Ansatz mit der, mit der Hardware hintendran? Äh, naja, wenn man sich das Ganze mit, ähm, Azure Pack auch, nämlich die CPS, das, ähm, ähm, Cloud Platform System, wo Microsoft zuerst mit Dell und später mit HP entsprechende Umgebungen aufgebaut hat, um denn garantieren zu können, dass man hier auch, ähm, eine Stabilität, eine Qualität in der Infrastruktur hat. Weil wenn man sich das alles sozusagen um die Ecke zusammen gekauft hat, hat man immer das Problem gehabt. Wie gehe ich denn dann mit so Thematiken um, wie jetzt gibt's ein Problem, weil irgendwelche Treiber nicht funktionieren, weil irgendwelche Patch Level, ähm, oder Konfigurationen jetzt besonders sein müssen? Das Problem haben wir alle, denke ich mal, in Azure Pack-Projekten gehabt. Dadurch mit Azure Stack, der entgegengesetzte Ansatz. Hier garantiert die Microsoft, äh, optimierte Implementationszeiten. Das ist wirklich quasi schon fast pre-configured. Ähm, ich gebe noch ein paar Parameter an und das Deployment wird entsprechend, äh, seitens der, ähm, Anbieter abgebildet. Ähm, ich kann damit also nicht binnen Monaten, sondern binnen Tagen produktiv gehen, wenn meine Services entsprechend definiert sind, wenn ich meine Services entsprechend abgebildet habe. Denn mein Aufwand steckt nachher nicht mehr da drin, die Installation zu machen, sondern darin, mich um die ARM Templates, die, ähm, das, ähm, der Aufbau der Services, ähm, zu kümmern, die entsprechend sicherzustellen, zu testen und zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt also im Prinzip habe ich eine Appliance bei mir im Rechenzentrum stehen oder bei meinem Service Provider, ähm, die dann mit neuesten Services seitens Microsoft aktualisiert werden, die mir die entsprechenden Basis-Frameworks zur Verfügung stellen und aufgesetzt auf dieses kann ich mit meinen, äh, ARM Templates dann, äh, die Konfiguration entsprechend darstellen, ähm, das geht so weit, dass ich so tolle Sachen machen kann, wie ich nehme meine, äh, Konfiguration, die ich in Azure schon deployed habe, nämlich meinen, ähm, Exchange-Server mit Domain-Controller oder was auch immer, ähm, nehme das Ganze, exportiere es mir als, äh, Template und das Gleiche deploye ich mir nochmal in meiner Infrastruktur auf Azure Stack. Das heißt, der Ansatz, der seit langem, ähm, Microsoft hier fährt, wenn man fragt, wie kann ich denn hier mich vorbereiten, ähm, die größte, größte Beta-Inform Installation, äh, oder die größte Testinstallation, die es so gibt von Azure Stack, äh, ist Azure, ist gar nicht so falsch, weil ich kann eins zu eins diese Technologien tatsächlich transportieren. Also, Microsoft kümmert sich um Lifecycle Management, um Continuous Innovation und entsprechende Time to Values. Mit welchen Anbietern geht Microsoft mit GA in, äh, an Bord, einmal mit Dell AMC, mit HP Enterprise und mit Lenovo. Das sind die drei Hardware-Anbieter, mit denen Azure Stack verfügbar gemacht werden wird. Ähm, jetzt kommt oft die große Frage, was ist mit anderen Providern? Ich bin vielleicht historisch schon ein bisschen, ähm, länger an, nicht diese Hardware-Anbieter, sondern an andere gebunden. Ähm, wie gehe ich dann, äh, damit um? Ähm, naja, im ersten Schritt wird es Microsoft, ähm, mit diesen drei Anbietern machen. Ähm, wenn denn damit ein Go-Live passiert ist, werden andere Hardware-Anbieter natürlich mit an Bord kommen. Dann kommt oft die große Frage, gibt's denn auch das Azure Stack ohne, dass ich Hardware einkaufe? Kann ich's mir quasi selber zusammenbasteln? Da ist erst mal Folgendes zu sehen. Nur Azure Stack, ähm, als Software bedeutet, ich nutze die POC-Variante, weil die POC-Variante ist für eigenes Testing gedacht, bietet alle Funktionen, ist aber nicht in der Produktionsumgebung, äh, äh, supported. Aber ich kann halt jetzt schon mit starten. Ich hab mit, äh, TP2 entsprechend schon die Möglichkeit, äh, die Infrastruktur aufzusetzen. Timeline für die ganze Geschichte. Wir haben heute seit September TP2, ähm, für den Private, ähm, Tab-Ansatz auch schon mit Hardware. Das heißt also, wenn ich im Private-Tab bin, äh, habe ich auch schon die Möglichkeit, Hardware-basiert, ähm, die, äh, Azure Stack-Version zu nutzen. Momentan, ähm, als, ähm, ja, ja, POC-Variante immer zu sehen als OneNote-System. Also, wenn man sich das anschaut, das, äh, POC wird immer eine OneNote-Installation sein, auch mit GA. Und für die Integrated System sind es grundsätzlich Multinode-Installationen, ähm, momentan wie gesagt, äh, TP2, TP3 to be announced. Man tippt momentan so irgendwo auf erste Hälfte nächstes Jahr, erstes Quartal nächstes Jahr, so vom Ansatz her, und, ähm, GA für Mitte 2017. Also, auch in 2017, ich möchte jetzt schon starten. Wie starte ich jetzt schon, ähm, wenn ich denn jetzt tatsächlich damit arbeiten möchte? Ich fange jetzt an, mir mit POC-Version der Single-Load-Instanz, meine Services schon zu testen, vorzubereiten, et cetera, habe ich einen Go-Live, einen General Availability. Also, Mitte 2017 muss ich diese Services einfach nur noch auf die Final-Version transferieren, ähm, wenn die entsprechend dann geliefert, aufgebaut und, äh, verkabelt bei mir ist und entsprechend aufgesetzt ist. Ja, erster Einblick, bevor ich jetzt gleich auf das System gehe, ähm, im Prinzip, wenn man sich das hier anschaut, sieht das verdammt nach einem originalen, ähm, Azure aus. Ist es aber nicht, denn ist mein Azure Stack. Aber da gucken wir jetzt mal im Detail hinein. Das heißt, ich switche jetzt mal auf eine Infrastruktur, wo ich dann Zugriff auf, äh, eine Azure Stack TP2-Installation habe. Da sind wir. So, das heißt, ich habe hier mein Azure Stack installiert. Ähm, gucken wir uns uns, äh, im nächsten Schritt, ähm, also in einem der nächsten, ähm, Calls hier auch nochmal im Detail an. Im Prinzip wird ein PowerShell-Script, äh, ausgerollt. Dies PowerShell-Script läuft dann nach meinen Parametereingaben entsprechend, ähm, vielleicht zwei, drei, vier Stunden, je nachdem wie performant die Infrastruktur ist. Und dann kann ich auf dieser Infrastruktur folgende Hyper-V-Maschinen sehen. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon gewundert, ähm, was ist denn das hier? Ist ein komischer Server-Name. Ähm, im TP2 wird dieser Server-Name nicht verändern, weil ich habe hier ein, äh, vom Ansatz her ist es so, ich habe eine VHD und die aus der boote ich und die installiert mir quasi, in die installiere ich mein, äh, Azure Stack hinein. Zur Zeit ist es noch so, dass der, ähm, ein Ändern dieses Namens nicht supported ist. Da wir uns aber mit solchen Sachen in der Testumgebung befinden und nicht in der Produktion sollte es erstmal unproblematisch sein. Nichtsdestotrotz, wenn jemand genau diesen Ansatz hat, ich möchte umbenennen, ist zur Zeit nicht der Fall und nicht supported. Also einzelne Maschinen schauen wir uns gleich nochmal, ähm, nicht gleich, sondern schauen wir uns in einen der nächsten, ähm, Slots nochmal genauer an. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal auf die Konsolenmaschine. Ich melde mich hier entsprechend an. Und unter der URL, portal.azure-stack.local, momentan ist das eine fest definierte Domain-Bezeichnung und die Location ist immer local, äh, habe ich hier Zugriff auf mein Azure Stack, was mir entsprechend, ähm, dargestellt wird. Ähm, ich mache jetzt nochmal einfach ein Refresh, dann sieht man auch, dass es entsprechend geladen wird. Sieht alles verdammt nach Azure Stack, äh, nach Azure aus. Ähm, das ist übrigens ein Windows 2016 RTM. Das heißt also im Endeffekt, ähm, haben wir, äh, hier schon 2012 RTM im Einsatz. Es ist kein TP5 oder irgendwas mehr, was als Gerüchte noch existiert. Äh, und jetzt habe ich hier entsprechend meine Services. Ich habe also hier meine Resource Groups. Da ist natürlich noch keine Resource Group da. Äh, ich habe, ähm, die ich angelegt habe natürlich. Ich habe meine Ressourcen. Ich habe meine virtuellen Maschinen, die hier, ähm, deployed werden können. Und ich habe hier meine entsprechenden Offers, die in der Infrastruktur entsprechend existent sein können. Ähm, möchte ich jetzt neue Ressourcen nutzen, möchte ich hier also quasi einen ersten Schritt mal starten. Gehe ich auf Near. Hallo. Da kommt's. Und dann sehe ich, hier, erlädt mir gerade hier meine Marketplace-Informationen. Angefangen bei Offers Plans, bei Virtual Machines, bei Data & Storage, Networking, äh, ARM Virtual Machines, et cetera. Und wenn ich jetzt hier den Marketplace aufrufe, kann ich entsprechend wiederum, ähm, mir anschauen, was denn hier als, äh, Services nutzbar wird. Also zum Beispiel Public IP Addresses, Tennis Subscriptions, die PowerShell DSC Funktion. Das heißt also alles, was ich heute mit PowerShell DSC schon abgebildet habe, kann ich ohne Probleme auch weiterhin nutzen. Ähm, es ist eins zu eins transportierbar. Meine Pläne, meine Network Interfaces und meine Virtual Networks. Ähm, so und wenn ich jetzt mal mir anschaue, wie ich denn damit arbeite, mache ich das in den Marketplace nochmal zu und sage zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Virtual Machine deployen. 2012 R2 Datacenter. Ich klicke das Ganze wieder an. Und jetzt haben wir vier Schritte. Was muss ich tun? Denken Sie mal daran, ähm, was ich vorhin gesagt habe, einfaches Deployment, ähm, keine großen Aufwände fahren. Dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, Webinar Vm01, die ich deployen möchte. Kann hier festlegen, äh, auf SSD oder auf HDD. Geben Username vor. Na. Admin Webinar. Passwort. Dann in welche Subscription? Da habe ich noch gar keine Subscription angelegt haben, weil wir ja beim Anfang gerade sind. Ähm, mache ich das Ganze, deploy ich das Ganze in die Default Subscription, Provider Subscription. Definiere eine Resource Group. Resource Group Minus Webinar. 01. Und hier unten ist die Location. Also da sieht man eigentlich erst mal, ich bin gerade bei Azure Stack und nicht im Azure. Ähm, weil hier hätte ich sonst normalerweise Western Europe, etc. Ähm, hier habe ich jetzt mein Local und, ähm, da kommt vielleicht oft auch schon die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich, ähm, mehrere Locations abbilden möchte. Was tue ich dann? Na, im Prinzip ist es relativ einfach. Ich installiere mir mehrfach mein Azure Stack. Definiere die Locations. Habe ich die Locations definiert, kann ich ohne Probleme dann, äh, auf Basis der Locations hier, äh, mit einem Portal arbeiten, weil dann entsprechend die Locations dann hier abgebildet werden. Also Rechenzentrum 1, Standort 1, meines, ähm, ähm, meiner Infrastruktur. Also sagen wir mal, ich habe in Frankfurt und in, ähm, Hamburg Server stehen, Rechenzentrum, dann könnte hier dann meine Location, ähm, Hamburg meine Location Frankfurt stehen. So, habe ich das ausgefüllt, gehe ich zum nächsten Schritt. Size. Das ist leider jetzt gerade. Da werden wir auch gleich so einen Effekt haben. Ah, kennen wir doch so ein bisschen. Ja, das sind die entsprechenden, ähm, Templates oder Sizes, die wir so aus Azure, ähm, Public kennen. Wenn wir jetzt hier mal nachschauen, was für Sizes sind zurzeit da. Das sind die A-Sizes, die zurzeit abgebildet sind. Das heißt, ich kann jetzt hier entsprechend meine VM auswählen. Sagen wir mal, es wird eine kleine VM, ein Viertel Core, ein bisschen Gigabyte reichen. Ich kann mit 500 IOPS leben. Ähm, dann wähle ich den entsprechend aus. Sag Select. Zweiter Schritt erledigt. Jetzt mache ich mir Gedanken darum, auf welchen Storage er clowned, auf welches Netzwerk, mit welcher Public IP Adresse und, ähm, mit welcher Network Security wird das Ganze abgebildet. Jetzt lädt das System gerade die entsprechenden Basis-Parameter. Es ist hier, wird hier neuer, neuer Storage Account vorgeschlagen, ähm, den ich mir jetzt auch anschauen kann, näher definieren kann. Ist es Local Redundant Storage, ist es Geo Redundant oder Read Only Access, ist es Performance oder Standardspeicher, den ich nutzen möchte. Das gleiche habe ich hier mit dem Virtual Network. Da wird jetzt hier auch ein eigenes Web Network erstellt, was ich hier noch anpassen könnte. Standardmäßig ist es ein 10er Netz, was er hier zuordnet. Und dann das Ganze noch mit den Public IPs, die Network Security Group. Ich kann auch festlegen, welche Extensions, vor allem Extensions ich dazu laden möchte. Ob es, ähm, ob ich hier High Availability nutzen möchte, ob Monitoring enabled werden soll, et cetera. Habe ich das alles ausgewählt, bestätige ich das Ganze dann mit OK. Dann wird mir das Ganze nochmal dargestellt. Er macht jetzt auch eine Validation auf der ganzen Konfiguration. Vielleicht mal zum Underlying Host, während der gerade lädt. Ähm, wir haben einen Underlying Host, der hat zurzeit 128 GB RAM. Ähm, ein paar CPUs drin und fleißig Storage. Ähm, ist jetzt also auch nicht unbedingt eine High Performance Maschine. Ähm, ich denke mal, da kann man für eine, für eine POC Version ganz gut mit leben. So, dann haben wir die Möglichkeit, das jetzt zu bestätigen. Und jetzt wird das Deployment entsprechend gestartet. Dauert jetzt ein paar Minuten, dann steht mein Windows Server hier zur Verfügung. Und ich kann ihn entsprechend per ADP abgreifen. Ja. Also, vom Handling her eigentlich eins zu eins das, was man von Azure kennt. Nur auf meiner Infrastruktur. Und, ähm, je nachdem wie weit das Deployment gleich ist, werden wir auch irgendwo hier gleich feststellen, dass diese virtuelle Maschine hier im Hyper-V Manager auftaucht. Ähm, dort entsprechend dargestellt wird. Das dauert aber noch einen Moment, bis wir damit, äh, die Maschine hier sehen. Ähm, das heißt also, ich sehe dann auf der Infrastruktur die entsprechende Lösung. Jetzt setze ich nochmal auf den Host zurück. Ja, das Deployment läuft hier jetzt. Und so könnte ich dann mir eigene Storages vorher erstellen, eigene Netzwerke, etc. Äh, ich hab's jetzt mal bewusst klein gehalten, um einfach mal eine Basis zu haben. Wir sind ja heute eher auf dem Ansatz, dass man hier, ähm, dass man hier jetzt die, ähm, ja, dass wir die Basis schaffen. Und dass wir dann in die einzelnen Deep Dives in den Folgeschritten reingehen. Ähm, von daher, jetzt, äh, wir nicht Deep Dives erwarten. Die sind noch geplant für die nächsten Schritte. Okay. Also, von daher, wir sehen, das Deployment läuft noch. Deployment started. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal zurückgehen. Aber wir sehen, da kommt schon meine virtuelle Maschine. Das heißt, also, das Deployment ist jetzt tatsächlich schon in Arbeit. Die seitdem nur aus. Zwischen gleich nochmal zurück. Ja, also, von daher, erster Einblick. Ähm, so kann denn mein Azure Stack aussehen. So kann ich mit Azure Stack mir eine Basis schaffen. Und so kann ich mit Azure Stack entsprechend dann mir Infrastrukturen bereitstellen. Das, was wir hier, wie gesagt, zur Zeit als, ähm, Single-Node haben, wird dann eine Mehrfach-Node-Installation sein. Und ich kann mir mehrere diese Nodes daneben stellen und habe dann die Möglichkeit, darauf basierend entsprechend, ähm, mehrere Regionen abzubilden. Ob in einer Azure Stack Installation mehrere Regionen möglich werden, muss man noch schauen. Es sind noch nicht klare Entscheidungen gefallen. TP2 sagt einen klaren, äh, gibt einen klaren Ausblick, denke ich mal, ähm, was denn möglich sein wird. Mit zwischen TP1 und TP2 ist ein riesen Schritt passiert. Also richtig viele tolle Änderungen, äh, die hier existent sind. Ähm, werde ich auch gleich nochmal darauf hinweisen. Wir haben ja unsere Community-Webseite. Da gibt's auch einen entsprechenden Blogartikel. Ähm, also von daher einfach mal auf den Blogartikel zu Azure Stack schauen. Da gibt's eine Information, was in TP2 alles neu geworden, äh, oder neu gekommen ist. Ja, Q&A. Jetzt, äh, hab ich, wenn ich mal so einen Blick auf meinen Chat werfe, ähm, hab ich noch nicht wirklich Fragen gesehen. Es scheint also noch keiner Fragen zu haben. Äh, ist ja vielleicht auch bei diesem Punkt, ähm, wo wir eher in der Basis uns bewegen, noch nicht unbedingt, ähm, so extrem hier Fragen stellen zu können oder zu müssen, weil noch sehr, sehr viel Basis da ist. Ich denke mal in den nächsten Slots werden wir dann viel mehr Fragen entsprechend nutzen können. Ähm, sollte keine Fragen sein. Schauen wir mal. Manchmal klappt das, dass in dem Moment genau Fragen auftauchen. Ähm, sag ich erstmal herzlichen Dank. Ähm, wir können nochmal kurz einen Blick werfen auf die Community-Webseite. Wenn wir hier schauen, ähm, ähm, da haben wir ja den Punkt Azure Stack. Und auf Azure Stack haben wir entsprechend die Informationen zu TP2. Das heißt, hier bekommt man nochmal einen Überblick, wie denn die Funktionalität gegeben ist. Hier wird in den nächsten Wochen noch viel mehr auftauchen und hier werden wir auch unter anderem unsere Webinar, äh, Daten oder, ähm, ja, ja, unsere Webinare Ablegen, entsprechende Aufzeichnungen schaffen, etc. Sollten keine weiteren Fragen mehr sein. Und da scheint nichts zu kommen, so wie das aussieht hier gerade. Ähm, sage ich dann ein letztmalig herzlichen Dank. Meine E-Mail-Adresse finden wir hier alle. Ähm, gerne mich, äh, kontaktieren. Und ich würde mich freuen, wenn viele, viele, ähm, interessante Fragen kommen. Und ich würde mich auch freuen, wenn viele, viele, ähm, der jetzigen Teilnehmer am nächsten Freitag wieder dabei sind. Und vor allen Dingen noch viele, viele andere mitbringen. Also sprich, fleißig Werbung machen, bitte. Ich wünsche allen einen schönen, äh, Freitagnachmittag, ein schönes, ähm, Wochenende und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss! Wlles Welles